Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video nach längerer Zeit. Ich habe hier mal das Gefängnis der Kaiserstadt für euch aufgenommen und hoffe, es bringt euch weiter. Ich werde versuchen, mich hier so kurz wie möglich zu fassen, wie ihr das ja auch schon gewohnt seid. Trotzdem will ich auch auf die Mechaniken einzeln eingehen, in der Hoffnung, dass das brauchbare Tipps sind, sodass ihr die Instanz auch schaffen könnt, ohne dass ihr den mördermäßigen Schaden macht. Für die Instanz bin ich hier mit dem Heiler mitgelaufen, mit dem Hüterheiler und trage da einmal Hohlzahn und einmal kalthaftes Günstling. Ich weiß, das mag nicht unbedingt Meta sein, aber ich stehe einfach mehr auf Bling Bling und erlaube mir das einfach. Und ihr seht, es klappt zumindest in dieser Gruppe. Also, ich lasse hier mal die Ad-Gruppen auch ein bisschen schneller laufen und komme am besten auch direkt zum ersten Boss. Der macht zum einen einen Cleave nach vorne, den der Tank auf sich zieht und außerdem macht er große AOE-Flächen, aus denen man sich dann eben entfernt. Es kommen immer wieder Ads dazu von allen Seiten und bei 25% erscheint dann aus diesem blauen Portal, was ihr da seht, ein paar Ads und unter anderem eine Ernterin. Wir stellen den Boss dann mit zur Ernterin, sodass die ebenfalls Schaden bekommt. Wenn die Ads zusammengezogen sind, es können sehr viele werden, je nachdem, wie lange der Kampf dauert, würde ich euch einfach raten, nach und nach eure Ultis zu zünden. Der Tank sollte versuchen, so viele wie möglich auf einen Platz zu ziehen und dann dürfte das auch kein Problem sein. Auf eurem Weg hier durch diese Instanz gilt es immer wieder Hebel zu ziehen. Das heißt, an manchen Mob-Gruppen kommt man nicht vorbei. Diese hier könnte man allerdings auslassen, indem man einfach durchläuft. Denn im Boden ist ein Loch und da geht unser Weg weiter. Also ihr könnt im Prinzip einfach in dieses Loch springen und alles wäre gut. Dann gilt es eigentlich nur, dem Weg einfach weiter zu folgen. Ihr trifft dann auf das Erste dieser Augen hier, auf so einen Beobachter. Da gibt es einen Erfolg, der heißt Außer Sicht. Ich denke, dazu werde ich ein zusätzliches Video nochmal machen, weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die zu umgehen, sich eben nicht sehen zu lassen und sie leben zu lassen. Das war sehr witzig, das zeige ich euch dann später mal. Und dann seid ihr auch schon hier beim zweiten Boss. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um einen Fleischbildner. Der macht in diesem See da vor sich aus den Opfern, die drumherum stehen, Fleischadronarchen. Wir versuchen das nach Möglichkeit einzudämmen, indem wir gleich Gift auf die Opfer, die auf diesen Zeh zulaufen, schmeißen, um sie daran zu hindern, den sie erreichen. Ihr seht jetzt auch, dass da der erste Fleischadro aus den Opfern wird. Wir machen Schaden auf den Boss, der auch ab und zu mal unterbrochen werden muss. Sonst macht er so eine harte Attacke auf den Tank oder einen Spieler seiner Wahl. Ihr seht hier diese grünen Eiderblasen am Boden. Da zielt ihr zuerst mit dem Fadenkreuz auf die Gruppe, die ihr erreichen wollt. Synergiert und schmeißt damit diesen Schleim auf die Opfer hier. Und die gehen kaputt, erreichen den See nicht und desto weniger habt ihr mit den Fleischadros zu tun. Der Boss wird immer wieder an diesen See gehen und solange wie er beschwört aus dem See heraus, ist er nicht verletzlich. In der Zeit kümmert sich der Tank, um die Fleischadros, die schön zusammenzuziehen und nach Möglichkeit auch den Boss nicht so fürchterlich weit zu bewegen. Hier nochmal das Gleiche. Anvisieren, Synergieren, Tod. Das muss natürlich Rucki-Zucki gehen. Ihr seht, die Blasen platzen auch irgendwann. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da keinen Schaden nehmt. Hier seht ihr den gerade beschwörend. Da ist er also nicht angreifbar. Der Tank zieht die Adros hier ein bisschen durch die Gegend. Und wenn alles schön zusammensteht, dann kriegt man eben alles gemeinsam weg und hat dann sein Ziel möglichst schnell erreicht. Ihr könnt euch aufteilen, dass ihr euch absprecht, wer welche Tore bedient quasi, indem ihr euch aufteilt zu dritt. Und dann so wenig wie möglich durchlasst an Opfern. Jetzt beschwört er hier nochmal. Aber ihr seht, es ist durchaus machbar, die im Zaum zu halten und der Sache daher zu werden. Wenn ihr diesen Ort dann wieder verlasst, erwarten euch ein paar Leute. Solange wie ihr denen nichts tut, tun die euch auch nichts. Ihr könnt die also einfach passieren. Denn wenn ihr sie angreift, dann wehren sie sich natürlich. Also das kann man getrost auslassen. Vielleicht auch nicht verkehrt zu wissen, wenn man hier nur Dash-Wand versucht. Es folgt ein relativ weiter Weg hier mit vielen Ads, bis man am nächsten Boss ist. Das ist dieser Beobachter hier. Der schleudert mit seinen Armen, macht einen roten AOE und schmeißt quasi alle Spieler in diese Giftflächen außerhalb der Insel. Die DDs sollten sich darauf konzentrieren, die Ads hier am Rand nacheinander gemeinsam wegzumachen. Und immer wenn man rausgeschleudert ist, dann sollte man so schnell wie möglich sehen, dass man wieder auf die Insel gelangt, um nicht zu viel Schaden zu kassieren. Die Zauberer am Rand der Insel beschwören immer kleines Glätz, die ganz schön nervig sein können. Deshalb ist es ganz gut, die so schnell wie möglich wegzukriegen. Dann hat man Zeit für den Boss, kann sich da gut drauf konzentrieren. Und das ist auch sehr schnell zu spielen. Ich denke, auch hier kann man sich zur Not, wenn man jetzt nicht so den Mörderschaden hat, wieder etwas Zeit lassen, wenn man die Taktik verfolgt. Der Tank versucht, den Boss in der Mitte zu halten. Zum Schluss ein paar Ultis drauf und alles ist gut. Und wieder folgt dann ein recht langer Weg mit vielen Ads, bis man vor dem nächsten Boss dann steht. Das ist dieses kleine Dickerchen hier. Da kommt es angelatscht. Der zwei Zecken beschwört. Die Zecken könnt ihr wegmachen. Oder eben, wenn ihr schnell und starke DDs habt, dann könnt ihr die auch sehr gerne einfach ignorieren und Schaden auf den Boss machen. Wir machen die hier dann weg, weil die ganz schön lästig sind. Die machen halt diesen Schaden, in dem man nicht unbedingt stehen bleiben sollte. Sonst geht es schief. Der Boss hat dann die eine Mechanik, dass er unter allen einen roten AOE macht. Da sollte man nicht im doppelten Schaden stehen. Also läuft ein bisschen auseinander. Ihr könnt es auch so halten, dass man in jede Ecke läuft. Dass man sich vorher abspricht, in welche Ecke man läuft, damit man sich da nichts tut. Und da ist dieser AOE. Er macht noch einen zweiten Kreis. Es ist hier in dem Fall sogar um mich, in dem man unbedingt stehen bleiben muss. Ihr seht hier, dass dieser Kreis umgeben ist von Gift. Das ist ein One-Hit. Also ihr braucht da bloß einmal kurz rankommen und währt dann nicht mehr. Also einfach drin stehen bleiben, bis er weg ist oder bis der Boss weg ist. Das spielt sich auch sehr schnell. Und man kann es auch langsam spielen. Wie gesagt, da ist nicht der Mörderschaden wichtig, sondern einfach, dass man diese Taktik sieht. Und befolgt nicht im doppelten Schaden zu stehen oder eben genau im Kreis drin zu bleiben und das Gift nicht zu berühren. Und dann geht es eben weiter. Wieder durch ein paar Gänge und wieder an ein paar Ads vorbei. Es kommen noch drei Adwellen, die zu meistern sind. Und die dürften auch kein Problem sein. Wenn ihr da bei denen Schwierigkeiten haben solltet, würde ich euch raten, in der ersten Gruppe den Nekromanten, in der zweiten die Zecken und dann nochmal den Nekromanten als erstes zu fokussieren. Und dann kann man an die Hebel und sich jeweils die Tore aufmachen und steht dann vorm Endboss. Und der wird dann gleich zwei Portale auf dem Boden herumwabern lassen, die so aussehen wie dieses hier oben an der Decke. Deshalb zeige ich euch das hier, damit ihr seht, wie das aussieht. Der Boss erscheint dann jetzt hier und wir legen auch direkt los. Er hat verschiedene Mechaniken. Wir haben den Hard-Mode hier aktiviert. Da wird es immer wieder so Kometeneinschläge geben. Da ist zum Beispiel einer einfach ausweichen. Dann macht er ein Maschinengewehr, so nennen wir das. Er schmeißt also kleine dunkelblaue Kugeln auf einen der Spieler und der Tank sollte dann in der Mitte stehen und das abfangen. Hier beschwört er jetzt diese beiden weißen Tore. In die wir nach Möglichkeit erst dann hineingehen, wenn der Boss fliegt. Also er wird sich dann irgendwann nach oben porten sozusagen und in der Luft verharren. Dann ist es Zeit für jeweils zwei Spieler. Hier ist das Maschinengewehr auf mich. Glück gehabt. Dann ist es Zeit, also wenn der Boss fliegt, in diese Portale zu gehen. Jeweils zwei Spieler in ein Portal. Und die letzte Mechanik vom Boss ist eben dieses Teilen in vier Abbilder. Im Hard-Mode ist immer nur eines dieser vier Abbilder angreifbar. Und zwar das, was deutlich zu sehen ist. Die anderen sind so etwas durchsichtig. Und leider passiert uns das hier. Oder vielmehr aus Demonstrationszwecken opfert sich einer der Spieler hier und geht mal vorzeitig in so ein Portal. Wenn das der Fall ist, kann der Spieler es dann, wenn er es braucht, nicht mehr benutzen. Wenn der Boss dann nach oben fliegt und sich jeder eben so ein Portal sucht, dann rennt er da rein und fallt quasi durch die Decke, was ich am Anfang gezeigt habe, hier in die Mitte. Und während des Fluges drückt ihr Synergie. Am besten spammt ihr das auch, damit ihr sanft in der Mitte landet. Und wenn ihr landet, solltet ihr sehen, dass ihr eine Ausweichrolle macht, denn ihr werdet vom Boss erwartet und kommt besser weg. Jetzt ist diese Flugphase. Da seht ihr ihn hängen und ich versuche mich hier von dieser Kugel zu befreien, die mich stand. Jetzt falle ich durchs Loch. Unser Opfer ist tot. Synergien, Aufkommen, Rolle machen und weiterspielen. Hier an der Seite nochmal so eine blaue Kugel. Ich gehe da gleich mal ein bisschen dichter dran, damit ihr diesen Strahl nochmal ein bisschen deutlicher sehen könnt. Hier beschwört er wieder diese weißen Portale, zwei Stück an der Zahl. Die seht ihr auch schon. Ausweichen, den Kometen ausweichen. Da ist normales Maschinengewehr, da steht der Tank in der Schusslinie. Wunderbar, super gut gemacht. Und nochmal die Abbilder. Aber es wird ihm alles nichts nützen. Er liegt dann gleich hier. Hier verbindet sich nochmal der Strahl. Da seht ihr es gerade bei den Spielern. Die werden halt extremst verlangsamt und die Ressourcen gehen flöten. Aber alles kein Problem, wenn man sich gut darauf einlässt und das konzentriert runterspielt, ist auch der Hartmut hier nicht schwer. Ich weiß wohl, dass im Normal-Mode quasi die Abbilder von diesem Boss zumindest zu zweit angreifbar sind. Und ich glaube, die Kometen gibt es da nicht. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, ob da seht ihr nochmal gut, wie man da verlangsamt wird. Richtig blöd, wenn so ein weißes Portal auf einen zukommt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Boss im Hartmut mehr Leben hat. Da haben wir Glück gehabt. Und als er tot war, ich hätte das Portal nicht mehr erreicht. Und ich danke euch fürs Zusehen. Vielen Dank auch an Synphase, an Ele und an Agro für ihre Unterstützung hier zum Aufnehmen vom Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.